Ich wurde im Land der Wüste und des Wassers geboren. Meine Vorfahren bauten die Pyramiden und gründeten die erste Hochkultur der Menschheitsgeschichte. Ich bin der König Ägyptens, der Pharao. Ich bin Tut-Anch-Amun. Können Sie etwas sehen? Ja, wunderbare Dinge. Was machen Sie denn da? Löcher in die Wand. Können Sie denn den Haupteingang nehmen, den alle an den A- und Eintritt bezahlen? So kann ich schnell arbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017